ja und somit herzlich willkommen zu partyhard wir machen mal fett ne party ja ich bin auf das spiel gekommen habe es per zufall gesehen hat sich interessant angehört dann habe ich mir das ganze auch mal angeschaut in einem trailer eigentlich ganz lustig das spiel wird betitelt als irgendwie was wie war es irgendwie massenmörder simulator so auf die art und ja dann kam gleich so der gedanke hatred 2 fragezeichen aber es ist ein bisschen anders wir müssen wir sind ein verärgerter nachbar wo nachts aufsteht und immer denkt so alle die party leute da die gehen wir auf den sack die bringen wir um und ja wir müssen aber wir können nicht einfach reinrennen einfach an der abballung oder so sagen wir müssen taktisch vorgehen weil es gibt natürlich auch eine polizei die uns verhaftet und so deshalb auch taktisch ja wir starten gleich mal ein spiel mein name ist inspector john west ich war take your time mr west deep breaths you want to drink whiskey hold the rocks hold the rocks hilarious mr west fuck you my name is inspector john west i was the officer in command of the party hard killings can you describe to me exactly what the party hard killings were they were a series of murders strung across the u.s. during the autumn break of 2000 exclusively taking place in and around house parties rooftop parties cruise parties you name it this guy was stabbing his way through the crowds and what was the motive mr west this guy he just wanted some peace and quiet maybe you should start from the beginning inspector it might give us a better idea of where this all went so wrong ja ok ich wollte eigentlich mit der tasche tour spielen aber hier wird mein controller schon angezeigt ja wir sind hier auf einer kleinen grill party diesmal so wir können hier ein bisschen laufen und dann einmal hier den umbringen weil es niemand sieht können wir das einfach so machen hier used to kill while none is watching you also solange es keiner sieht können wir das ohne probleme machen so wir können auch fallen betätigen so moment habe eigentlich gedrückt aber so einfach die so alter hat er jetzt irgendwie reingeschmissen irgendwie sah es gerade so aus so das heißt theoretisch könnte es bei dir auch machen ne da nicht ist ja egal oh da hinten steht noch einer bei den bikes ja ganz einfach auch ein kleines tutorial unsere erste kleine grill party wir tanzen einmal in der runde wir tanzen einmal in der runde one of my officers responded to a call near north beach it was the end of april so typically a bunch of the college kids in the area were getting hammered instead of prepping for their finals if only the stupid bastards knew ja oh je die zweite party mit dj ok jetzt wird es auch ein bisschen interessanter hier so irgendwie wird mir hat mir auch gar nichts alles angezeigt so was kann man hier machen die pennen hier oder was so was kann man hier einmal lesen mit schwertern kannst du einfach eine Attacke ausführen ok alles klar wir können auch irgendwie tanzen yay das will nicht so auffallen ok das tutorial und ein bisschen oh herzchen ladies was geht ab ich nehme die zwei hier eigentlich hätte ich die einzelne nehmen sollen oh la la ladies oh ok wo geht die hin oh ha achso der erste ist ein typ sah aus wie eine frau ok hey hier haben wir den mcdonalds clown kann es sein ja jetzt kommt ja gerade eine auch so eine bitch in bikini oh mit mcdonalds clown ok oder hier sie pennt jetzt bin ich ein bisschen überlegen ich darf ja nicht einfach so irgendwelche leute umbringen was haben wir hier wenn wir einen kopf warten der nächste wird wieder stärker ok können wir hier reingehen tanze im gulli loch oh oh das war falsche tasche schnell weg hier einen moment ok wie gesagt äh wie komme ich hier rein ok oh lady sorry ähm ja ui 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 das war jetzt auch nicht so schlau oder fehlt noch hier was macht ihr denn Mario da oben auch komisch jetzt kommen die cops oje 8 von 47 haben wir schon wie so 8 stück schon so was haben wir denn hier hier ah wir können hier jemanden verstecken oh guck mal den hier in der badewanne er kotzt auf dem klo was kann ich jetzt noch hier machen äh jetzt kann ich den hier rein werfen was mir jetzt aber sicher nichts bringt weil hier auch leute sind oh das wollte ich grad zu dem clown wieder gehen so wollte schon sagen okay die haben den gesehen oh jetzt steht der auf so so eigentlich wollte ich ja genau den hier so jetzt kann ich den hier runterwerfen oder so ne ich kann ja nur nach unten gehen okay alter alter wau ok das habe ich jetzt nicht gesehen denn die polizei hat glaube ein paar leute hier mitgenommen wie er überall alter willst du mich verarschen überfahrt mich hier im krankenwagen ich habe gedacht die helfen mir ok nochmal von vorne auch genial alter ich glaube der polizist hat ganz schön viel überfahren weil plötzlich waren 8 leute tot das finde ich ein bisschen komisch so was kann man hier machen oh schnell weg es explodiert gleich oder so und es blinkt bam ok alles klar die hier pennen trotzdem ich kann nicht schlafen denn nein ich stehe weg hier ich mach es nicht aber ich stehe trotzdem hier noch bei einer leiche guck mal der hat schon wieder welche überfahren das gibt es doch nicht ja polizei freund und helfer ja alter was macht der gibt es doch gar nicht oha was geht jetzt ab so jetzt können wir den hier rein oder gibt noch extra punkte wo oh ok das wäre geil gewesen wenn hier polizei wäre oder so das coole ist das eis fach ist wieder offen das können wir nochmal benutzen ich treffe nicht mal auch gut so ähm ja ey guck mal die polizei hat schon so viel getötet das ist auch ein bisschen übel oder die die hat uns so gut geholfen kann ich irgendwas machen ja hallo wow ich weiß nicht schmeißt der den immer rein oder was macht der vor allem ich meine mit dem gulli decke kann man noch irgendwas machen wow alter hätte er mich schon wieder fast überfahren ah hier können wir wieder leute verstecken eigentlich irgendwie schneller laufen oder so 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 was schon der haha alter ok auch ein bisschen extrem so hier können wir nochmal einen verstecken wohl schneller hier kommen die cops hier können wir nochmal was mit dem baum machen wieder oha warte mal hier die flinte an der wand ok können wir nachher vielleicht mal schauen was wir noch machen können mal leer hier hier am zocken NEIN der hat mich durchs Fenster gesehen schnell wieder weg hier sag ich jetzt werden die mich jetzt suchen oder finden ja wir wow ok jetzt läuft er wieder außen rum oder wie hallöchen hier am Tresor haben wir nichts Polizei geht wieder auch gut was kann ich eigentlich hier drüben machen hier sind zu viele kann ich hier irgendwas machen noch was ist eigentlich das hier achso das sprinten oder ah was können wir hier machen das essen vergiften auch gut vielleicht vielleicht essen ein paar Leute was was können wir hier noch machen ok hier ist ja keiner probier halt grad ein bisschen rum oh warte mal jetzt gehen sie da hin ja schreit auch ein bisschen alleine ja wie sieht sie mich durch die wand die gibt es doch gar nicht Mario war auf dem Klo passt der auch perfekt ohhhh Polizei kommt ähm auch wieder hier so ein Liebespärchen oh oh der Mario der geht ab der wollte mich angreifen nein der hat es kaputt gemacht so ein Arsch scheiß Mario zack die gibt es doch gar nicht jetzt macht das Glück ist der grad durchs Klo abgehauen ok was geht bei dem ab so aber groß ist jemand was gegessen hat noch keiner gell DJ mach ich auch schon am Schluss hier ein Liebespärchen auf dem Balkon und tschüss so was können wir noch machen er hat auch das eine Fenster da oben kaputt gemacht so ein Arschgesicht jetzt wird es halt ein bisschen schwierig weil eigentlich an sich wir können einen Anruf machen oh was kommt jetzt wieder so eine fette Limo nein was macht denn der ah das ist mein Bodyguard ok was bringt das mir genau einmal untertauchen wie was tanzen yay ok ähm wo können wir was machen rein gar nichts ich muss mal gucken was die anderen Taschen so alles machen können aber mit der schläuft hier ein Baum auch gut so hier ist jemand oh da ist noch auch was komisches hier kann man was machen ja was bringt das oh fresse ähm ok jetzt sind wir in dem blöden Raum hier der Polizist yeah sehr nice richtig gut was ist mit dem hier der sieht ja lauter Leichen jetzt gehört er selber dazu ja durch das Fenster kann ich leider nicht durch ja langsam 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 wäre uns weniger alter auf dem Klo ist schon wieder jemand lady will sie sich ein Bad nehmen na ne sie macht sich schön auch gut so warte hier haben wir jetzt grad eh okay mit das hier die Türe zu gehabt ich fände hier beide jetzt müssen wir warten wo läuft der jetzt hin da der Michael Jackson Elvis Presley verschnitt so alles schön verstecken oh nein 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 jetzt hat er hier ein Herzchen die Liebe von Ace dann kannst du gleich hier reingehen ich verstecke es einfach mal alle iiii da draufst du das Blut auch lecker bei mir so eine Blutlache aber keine Leiche mehr hier ist doch so ein Verbrannter aber ja da kann man nichts machen der Mario war wirklich mies auf einer Seite cool aber auf der anderen Seite auch richtig mies macht ihr alles kaputt und haut durchs Klo ab kann ich da nicht auch was machen? nö eigentlich nicht oh Moment ja toll jetzt essen sie was aber jetzt ist das Essen nicht mehr vergiftet und ich kann es auch nicht mehr machen Alter was kommt da ist da vor dem Typ da unten der ist schon ein bisschen komisch so schneller 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 oh Lady jetzt aber wieder eine Runde schminken ne das war ja eine andere eigentlich huuuup huiuiui jetzt kommen sie ja alle nacheinander hier wo geht der hin oh ganz knapp aber das könnte jetzt gefährlich werden weil er gerade so da steht Moment 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 zack das ist hier mal ein Aufräumraum alle hier auf Eis legen hat auch wieder eine neue Bedeutung Alter was ist mit dem da jetzt da rum? oh auch nice wir haben jetzt Gift aber wie setzt sich's ein? Moment ich probier's mal bei dem draußen oder so der ist noch ein bisschen an Leine auch wenn jetzt hier gerade einer lauft ich warte mal kurz kann jetzt die Leute einfach vergiften oder wie? so und jetzt sind sie vielleicht so benebelt oder dass mal dass sie nix sehen können das Sprinten bringt auch sehr viel die Leiche hier die interessiert eigentlich auch grad niemand kann ich mich irgendwo verstecken oder so? oh wo kommt der hin? Problem sehen die mich jetzt mit einer Leiche rumren so verstecken wir hier auch mal soll man sagen den DJ vergiften wir jetzt mal oder? der Rocker tanzt hier auch gut so der eine Typ geht wieder ich weiß ja wirklich nicht wie was das bringen soll mit dem ein Gift gerade das ist politisch was soll ich jetzt hier noch machen? soll ich einfach einen umbringen oder wie? kann ich den auch umbringen? gibt es Bonuspunkte? ok oh es kommt einer also wo steht die Leiche hin? jeder DJ wieso hat der jetzt seinen Kopf verloren? richtig eklig ok so kann man auch natürlich eine Party crashen aber jetzt verteilen sie sich auch so ein bisschen schöner ja Polizei geht wieder DJ steht noch da ohne Kopf der Kopf liegt auf dem einen Plattenspieler auch sehr lecker so du hier ähm oh der Schrank ist ja auch umgefallen das habe ich gar nicht gesehen mehr leider ich lege die jetzt einfach mal hier hin oder kann ich ihn ne ja kann ich ihn auch nicht leider verstecken das heißt hier mal so ein bisschen ah jetzt habe ich nicht mal genügend ich muss mal aufpassen was da jetzt passiert mit der Lady ich muss jetzt auch theoretisch den Kopf verlieren oder? so der da geht in die Küche ja wieso bleibt ihr beide hier stehen? ich fühle mich so krank ok ok was passiert jetzt? eigentlich nichts besonderes ok fliegt einfach rum auch gut wieso hat der eine jetzt seinen Kopf verloren? so die da nein bleib da bleib da ich wollte dich bumsen obwohl der hat schon fast so graue Haare ok was kommt hier über der blondie na bleib dann na alter ich krieg ihn nicht gibt es doch nicht so alter jetzt wird er die Cops suchen ah ich kann nicht mehr nehmen es wäre so schön gewesen den ähm zu oh ah schnell hier rein woher weiß der das? nein ich wollte ihn grad hauen gibt es doch gar nicht ich werde weggeschleift ok die zweite Mission ist schon natürlich durch die Vielzahl wobei da standen nur noch 5 sind es nur noch so wenige